Im Juni 1972 erschien eine Frau im Sedar Sinai Krankenhaus in nichts anderem als einem weißen, blutbeschmierten Kleid. Nun sollte dies nicht allzu überraschend sein, da Leute aus der Umgebung häufig ins nächste Krankenhaus kommen, wenn sie einen Unfall hatten und ärztliche Hilfe benötigen. Da waren allerdings zwei Dinge, die die Leute, die sie sahen, dazu brachten, sich zu erbrechen und vor Angst zu fliehen. Erstens konnte man sie nicht wirklich als Mensch bezeichnen. Sie ähnelte vielmehr einer Schaufensterpuppe. Ihre Bewegungen waren jedoch flüssig und zeugten von dem Geschick eines normalen Menschen. Auch ihr Gesicht ähnelte dem einer Schaufensterpuppe. Makellos, ohne Augenbrauen, aber mit verschmiertem Make-up. Zweitens hatte sie ein Kätzchen in ihrem Mund. Sie hatte so fest zugebissen, dass keine Zähne sichtbar waren und das Blut lief immer noch über ihr Kleid auf dem Boden. Dann zog sie es aus dem Mund und warf es zur Seite und brach zusammen. Von dem Moment an, in dem sie durch den Eingang getreten war, bis zu dem Moment, in dem sie in ein Krankenzimmer gebracht, geputzt und für eine Sedierung vorbereitet worden war, verhielt sie sich völlig ruhig, ausdrucks- und bewegungslos. Die Ärzte hielten es für das Beste, sie so lange festzuhalten, bis die Behörden eintrafen und sie protestierte nicht. Tatsächlich schaffte es niemand ihr, irgendetwas zu entlocken und die meisten Mitarbeiter fühlten sich zu unbehaglich, um sie länger als ein paar Sekunden direkt anzuschauen. Aber in der Sekunde, in der das Personal versuchte, sie zu betäuben, wehrte sie sich auf einmal sehr gewalttätig. Zwei Mitarbeiter mussten sie festhalten, während sie versuchte, sich aufzurichten, der leere Ausdruck auf ihrem Gesicht unverändert. Sie wandte ihre emotionslosen Augen dem männlichen Arzt zu und tat etwas Ungewöhnliches. Sie lächelte. Die auch anwesende Ärztin schrie und ließ vor Schreck los. Im Mund der Frau befanden sich keine menschlichen Zähne, sondern vielmehr lange, scharfe Stacheln. Zu lang, als dass ihr Mund sich ganz schließen können sollte, ohne Verletzungen zu verursachen. Der Arzt starrte sie einen Moment lang an, bevor er fragte, Was zum Teufel sind sie? Ihr Hals knackte, als sie den Kopf nach vorne beugte, um ihn zu beobachten. Sie lächelte immer noch. Es gab eine lange Pause. Der Sicherheitsdienst war alarmiert worden und man hörte ihm bereits den Flur entlang kommen. Als er sich weiter näherte, schnellte sie nach vorne, versenkte ihre Zähne in seiner Kehle, durchbiss ihm die Halsschlagader und ließ ihn dann zu Boden fallen, während er nach Luft rang und an seinem eigenen Blut ertrank. Sie stand auf und lehnte sich über ihn. Ihr Gesicht kam dem Seinen gefährlich nahe, während das Leben aus seinen Augen verschwand. Sie lehnte sich näher an ihn heran und flüsterte ihm ins Ohr. »Ich bin Gott«. Die Augen des Arztes füllten sich mit Angst, als er sie ruhig weggehen sah, um die Sicherheitsleute zu begrüßen. Das Letzte, was er sah, war, wie sie sich mit ihrem Festmahl begnügte, einem nach dem anderen. Die Ärztin, die den Vorfall überlebt hatten, nannte sie im Anschluss nur »die Ausdruckslose«. Sie wurde seit dem Tag nie wieder gesehen. Musik 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 Rosse Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020